Willkommen! Heute heißt unser Thema, der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf. Unsere Textgrundlage ist Römer Kapitel 8 Vers 26, wo der Apostel Paulus sagt, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, besteht aus drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Jede Person ist vollkommen Gott und zugleich gibt es nur einen Gott. Jede Person der Gottheit hat verschiedene Wirkungsweisen und Dienste und dennoch arbeiten sie immer zusammen. Wir wissen aus der Bibel, dass das Wirken und das Werk des Heiligen Geistes sehr vielfältig sind. Ich möchte nur einige Beispiele nennen. Der Heilige Geist war schon am Anfang bei der Schöpfung beteiligt, denn in 1. Mose 1 Vers 2 lesen wir, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Außerdem spielt der Geist Gottes eine wichtige Rolle im Erhalten des menschlichen Lebens. Denn wenn Gott seinen Geist und Odem wieder zurücknehme, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren, so lesen wir bei Hiob Kapitel 34, die Verse 14 und 15. Durch den Geist Gottes erhält Gott diese Welt, auch im jetzigen Augenblick. Der Heilige Geist ist aktiv im Leben der Kinder Gottes. Er ruft sie, schenkt ihnen das neue Leben aus Gott und reinigt sie, sodass sie mit ihren sündhaften Gewohnheiten brechen. Er formt und gestaltet sie, sodass sie Jesus Christus immer ähnlicher werden. Deswegen schreibt Paulus den Korinthern, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. 1. Korinther 6 Vers 11 Nicht nur zu Beginn unseres geistlichen Lebens, sondern auch im weiteren Verlauf brauchen wir den Heiligen Geist. Er bringt in seinen Kindern Früchte des Geistes hervor, zum Beispiel Liebe, Freude, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung. In Galater 5 Vers 22 lesen wir von der Frucht des Geistes. Des Weiteren schenkt er ihnen die Geistesgaben. Ich glaube, dass jedes Kind Gottes mindestens eine Gabe von Gott geschenkt bekommen hat. Entdecke und gebrauche sie. Der Heilige Geist führt und leitet uns. Er gibt Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Er lehrt und erklärt uns die Bibel. Ohne den Heiligen Geist wären wir ja gar nicht in der Lage, das Wort Gottes zu verstehen. Er gibt Kraft und Mut zum Zeugendienst. Der Geist Gottes ist ein missionarischer Geist. Er bevollmächtigt die Gemeinde und begleitet die Verkündigung des Evangeliums. Wir wissen auch, dass wir sehr leicht den Heiligen Geist betrüben können. Darum sollten wir bedacht darauf sein, ständig in einer ungetrübten Beziehung und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben. In einer Gemeinde hier bei uns in Thailand beschließen wir jeden Gottesdienst mit diesem Segenswort. Es erinnert daran, dass wir in der kommenden Woche nicht alleine sind. Der dreieinige Gott ist bei uns und der Heilige Geist ist bei uns. Und wir dürfen in einer ungetrübten Gemeinschaft mit ihm leben. Ja, der Heilige Geist ist ein sehr sensibler Geist. Darum achte darauf, dass die Gemeinschaft, ja die Beziehung mit ihm, immer ungetrübt, ungebrochen ist und bleibt. All das ist nur ein Auszug aus dem Werk des Heiligen Geistes. Heute wollen wir uns mit einem bestimmten Aspekt des Heiligen Geistes befassen. Paulus schreibt in Römer Kapitel 8, Abvers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen, Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Römer Kapitel 8 ist das große und zentrale Kapitel über das Wirken des Heiligen Geistes im Römerbrief. Wer über das Wirken des Geistes im Leben der Christen mehr erfahren möchte, der muss dieses achte Kapitel studieren. Unter anderem betont Paulus hier, dass der Heilige Geist eine Hilfe in unserer Schwachheit ist und uns auch beim Beten hilft. Drei Fragen wollen wir uns heute stellen. Wem gilt diese Hilfe des Heiligen Geistes? Welche Voraussetzung ist nötig, damit wir diese Hilfe des Heiligen Geistes empfangen? Und wie sieht diese Hilfe des Heiligen Geistes aus? Zuerst die Frage, wem gilt diese Hilfe des Heiligen Geistes? Aus dem Kontext des Verses wird deutlich, die Hilfe des Heiligen Geistes gilt den Kindern Gottes. In Römer Kapitel 8, Vers 9 sehen wir, dass es ein alles entscheidendes Merkmal gibt, das die gläubigen Christen von dem Rest dieser Welt unterscheidet. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. In Vers 15 des selben Kapitels bestätigt Paulus, dass die Gläubigen den Geist Gottes haben, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Dreimal betont Paulus in diesem Kapitel, dass der Heilige Geist im Herzen der Christen wohnt. Vers 9 haben wir schon gelesen. Und in Vers 11 betont Paulus es gleich zweimal. Diese Tatsache sondert sich als Christ von allen anderen Menschen ab. Du hast als Christ den Geist Gottes und er bestätigt dir, dass du Christ geworden bist. Zuvor warst du ein Fremdling, ein Feind Gottes, aber dann hast du dich zu Jesus Christus bekehrt. Du brachtest dein sündiges Leben zu Gott, hast Vergebung und Versöhnung mit Gott erlebt und dann kam der Heilige Geist in dein Leben und machte dich zu seiner Tochter, zu seinem Sohn. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Vers 16 Nach deinem Bekehrungsgebet darfst du das sofort wissen. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Es ist der Heilige Geist, der jetzt in dein Herz kommt und dir dieses Wissen schenkt. Ein Friede durchströmt dein Inneres. Du freust dich. Alles das bewirkt der Heilige Geist in dir von Anfang an. Jetzt bist du nicht nur ein Kind Gottes, sondern du gehörst auch zur Familie Gottes. Paulus sagt in 1. Korinther 12, Vers 13 Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Der Geist Gottes vereint die Gemeinde unseres Herrn. Er fügt zur Gemeinde hinzu und kräftigt die Liebe der Christen untereinander. Wir sind jetzt nicht mehr Deutsche oder Inder oder Theis. Nein, vor Gott sind wir Söhne und Töchter Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Erlöste. Wir stehen alle auf der gleichen Stufe unter dem Kreuz, ob Sklave oder Freier, ob arm oder reich, ob gebildet oder ungebildet, ob aus dem reichen Viertel der Stadt oder aus dem Slum. Wir gehören zusammen. In Jesus Christus sind wir eins. Wir sind alle durch und in dem Geist Gottes zu einer Gemeinschaft, ja zum Leib Christi, der Gemeinde, zusammengestellt worden. Nein, kein Christ steht hier außerhalb. Jeder wiedergeborene Christ gehört dazu. Christ zu sein bedeutet also nicht, einfach nur religiös interessiert zu sein, regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein oder in einem christlichen Abendland zu wohnen. Wir müssen durch Buße und Glauben an Jesus Christus, durch die Gnade Gottes, zu Kindern Gottes werden. Christus muss durch den Geist Gottes in deinem Herzen wohnen. Wenn das geschehen ist, dann bist du ein Kind Gottes. Wie geht es aber jetzt weiter? Führt das Leben mit Gott uns von einem Gipfel zum nächsten? Gibt es keine Täler mehr? In Römer 8, Vers 17 lesen wir folgendes. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Der Glaube an Jesus befreit uns nicht automatisch von allen Leiden. Die Turbulenzen des Lebens, das Durcheinander des Alltags sind noch da und für viele werden die Bedrängnisse und Schwierigkeiten nach der Bekehrung sogar noch größer. Wie kann das sein? Der Weg der Nachfolge ist der Weg, den Jesus ging. Und Jesus ging den Weg des Kreuzes. Er ging den Weg des Leidens in die Herrlichkeit. Auf seiner Missionsreise sprach Paulus zu den neu bekehrten Christen und erklärte ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Apostelgeschichte 14, Vers 22 Vor diesem Hintergrund sticht Römer 8, Vers 26 umso deutlicher hervor. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Kurz vorher in Vers 22 beschreibt Paulus, wie die Schöpfung unter der Sünde seufzt. In Vers 23 geht er auf das Seufzen der Gemeinde ein. Sie sehnt sich nach Erlösung. Und nicht nur sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Wir sehen also, die Schöpfung seufzt, die Gemeinde seufzt, sie seufzt unter Druck, Leiden, Verachtung und Verfolgung. Für die ersten Christen war das Normalität. Und dann schreibt Paulus, dass Gott selbst seufzt, denn der Geist Gottes seufzt. Der Geist Gottes seufzt mit den Kindern Gottes. Ja, wenn du an einem Punkt angelangt bist, an dem du nicht mehr weiter weißt, wenn dir die Worte fehlen und du kein Gebet formulieren kannst, dann kommt der Heilige Geist als starker Helfer in unsere Schwachheiten hinein. Gott, der Heilige Geist, ist an deiner Seite. Er sieht deinen Schmerz und er vertritt dich vor Gott, dem Vater, mit unaussprechlichen Seufzern. Gott, der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, lebt im Herzen der Gläubigen. Er spricht zu Gott, dem Vater, durch die Gebete, durch das Schreien und durch die Fürbitten seiner Kinder. Ist uns das immer so bewusst beim Beten? Auf der Bibelschule lernte ich, dass die gesamte Dreieinigkeit Gottes bei unserem Beten beteiligt ist. Das war für mich eine wunderbare Entdeckung. Wir beten zum Vater durch den Sohn Jesus Christus in der Kraft und Begleitung des Heiligen Geistes. Und der Geist Gottes sieht unser Stammeln. Er kennt unsere inneren Belastungen. Er sieht unsere Tränen. Er weiß um unsere Gebetsschwachheit. Er hört unser Seufzen. Und er seufzt mit uns mit. Er leidet mit uns mit. Er kennt diese Belastungen. Er stellt sich auch darunter. Ich bin mir sicher, dass jeder Christ schon einmal an einem Punkt in seinem Leben war, an dem er nicht wusste, wie er beten sollte. Der Schmerz war zu groß. Das emotionale Durcheinander überwältigend. Trauer und Furcht gewannen die Überhand. Die Lage war verwirrt und verworren. Man fand keine klaren Gedanken mehr beim Beten. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Wir sind uns nicht immer bewusst, was der Wille Gottes jetzt in dieser Situation ist. Vielleicht treiben dich gerade in diesen Tagen auch schlimme Ereignisse und Versuchungen auf die Knie, aber dir fehlen die Worte. Du betest, doch es fühlt sich so an, als wäre niemand da. Du leidest unter Enttäuschungen, Kummer und seelischer Not. Und du seufst und wartest auf Erlösung. Du weißt nicht mehr ein und du weißt nicht mehr aus. Du weißt nicht mehr weiter. Du wirfst dich nur noch in die Arme Gottes. Du wirfst dich auf die Gnade Gottes. Mein lieber Hörer, ich darf dir sagen, Gott, der Heilige Geist, er spricht zu dir. Mein Kind, ich bin da. Ich helfe dir und vertrete dich mit unaussprechlichen Seufzern vor dem lebendigen Gott. Welche Voraussetzungen sind nun nötig, dass wir die Kraft und die Hilfe des Geistes Gottes erleben? Wir leben in einer Welt, in der Schwachheit keinen Platz hat. Man redet nicht über Schwächen, sondern nur über Stärken. Alle müssen stark sein. Wenn du jemand werden möchtest, dann verberge deine Schwächen. Nicht so bei Gott. Die Bibel erklärt uns, dass wir unsere Schwachheit eingestehen und bekennen sollen. Nehmen wir noch einmal den Apostel Paulus zum Vorbild. Er hatte wirklich allen Grund, sich zu rühmen. Nicht so sehr aufgrund seiner Vergangenheit war er doch ein Verfolger der Gemeinde. Doch wegen seines Intellekts und Erfolgs in der Mission konnte er Stärke zeigen. Sein scharfes Nachsinnen, seine tiefgründigen Briefe, seine zahlreichen Gemeindegründungen. Und doch blieb er demütig und bescheiden. Die falschen Apostel seiner Zeit blähten sich auf und erzählten, wie toll und wunderbar sie seien. Paulus tat das Gegenteil. Er schrieb an die Korinther, Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf das die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. 2. Korinther 12, die Verse 7-10 Sehen wir, auch Paulus war in einer Situation, in der er nicht genau wusste, wie er beten sollte. Er war sich nicht genau klar, was nun der Wille Gottes für sein Leben ist. Dreimal flehte er zum Herrn, dreimal bat er, erlöse mich von diesem Dorn, von diesem Pfahl in meinem Fleisch. Erst dann bekam er diese schöne Gebetserhörung, lass dir an meiner Gnade genügen. Wenn wir meinen, wir seien nicht schwach, sondern stark, brauchen wir nicht mit der Kraftwirkung des Heiligen Geistes rechnen. In unserem Text heißt es, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Der Geist Gottes kommt, wenn wir erkennen und uns eingestehen, dass wir seine Hilfe brauchen, dass wir am Ende sind, dass wir schwach sind. Im Alten Testament finden wir dafür ein gutes Beispiel. Als Judah durch die Moabiter und Ammoniter bedroht wurde, kamen Boten zu König Josaphat und meldeten, eine große Menge rückt gegen dich heran, von jenseits des toten Meeres. Josaphat wusste sofort, sie hatten keine Chance. Da versammelte er das ganze Volk und betete öffentlich. Wir können es nachlesen in 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 12. In uns ist keine Kraft gegen dies große Herr, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Dieses Gebet war ein Eingeständnis seiner ganzen Ausweglosigkeit. Stellen wir uns das nur einmal vor. In aller Öffentlichkeit, vor dem ganzen Volk, betet er, schreit er um Hilfe. Er bekennt es. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Er ist am Ende. Wann hast du das letzte Mal deinen Pastor oder Gemeindeleiter so beten gehört? Öffentlich. Vor allen. Ein Geständnis. Wir wissen nicht mehr weiter. Wir sind am Ende. Herr, erbarme dich über uns. Wir brauchen dich. Heute würde man Josaphats Leiterschaft kritisch hinterfragen. Müsste er vor dem Volk nicht den Eindruck vermitteln, dass er alles unter Kontrolle hat? Muss er nicht ruhig bleiben, damit das Volk nicht irgendwie irritiert wird? Stellen wir uns vor, unsere Bundeskanzlerin würde sich vor die Kameras stellen und sagen, wir wissen nicht weiter, wir sind am Ende. Das ist undenkbar. König Josaphat bekannte seine Schwachheit. Und was passierte dann? Wir lesen es in Vers 14. Da kam der Geist des Herrn. Wann kommt der Heilige Geist in dein Leben? Wann kommt der Heilige Geist in unsere Gemeinden hinein? Er kommt, wenn wir sagen und bekennen, Herr, wir sind schwach, wir brauchen dich. Wenn du also in der Nacht aufwachst, ängstlich, verwirrt, enttäuscht, traurig, leer, einsam und nur noch stammeln kannst, Vater, hilf mir, ich weiß nicht mehr weiter, dann gibt es eine gute Nachricht für dich. Der Geist kommt und hilft dir in deiner Schwachheit. Manchmal führt Gott uns an unsere Grenzen, nicht um uns fertig zu machen, sondern um uns zu erinnern, dass er da ist, dass er uns durchtragen möchte. Es kommt nicht auf unsere Kräfte an, sondern dass wir bereit sind, unsere Schwachheiten zu erkennen und zuzugeben. Zu oft meinen wir, wir sind stark. Wir haben unsere Talente, wir haben unsere Ideen, wir haben unsere Planungen und Strukturen und Methoden. Kann es sein, dass wir zu oft versuchen, das Werk des Herrn ohne die Kraft Gottes zu tun? Wir meinen, wir sind clever genug, wir sind stark genug, wir wissen, wie man alles tut. Ist die Gemeinde Gottes in der Gefahr, das Werk Gottes ohne die Kraft Gottes zu tun? Wenn wir schwach sind, wenn wir bekennen, wir sind am Ende, dann werden wir die Kraft des Heiligen Geistes neu erleben. Dann wird der Geist Gottes kommen, unser Leben und unsere Gemeinden erfrischen, erwecken, er wird das Feuer des Geistes unter uns entfachen. Wir werden erkennen, es ist gut, seine Schwachheit zuzugeben, denn dann erleben wir die Kraft des Geistes. Wie sieht diese Hilfe des Geistes aus? Der Heilige Geist hilft uns beim Gebet. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, so heißt es weiter, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Dann lesen wir später in Vers 34, Christus, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wir haben eine doppelte Gebetsunterstützung. Der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen und Jesus Christus sitzt zu Rechten des Vaters und was tut er? Er vertritt uns ebenfalls. Er betet auch für uns. Das, was Jesus im Himmel für uns tut, wirkt der Heilige Geist für uns in unseren Herzen. Der Ausgangspunkt ist, aus uns selbst heraus wissen wir nicht, wie und was wir beten sollen, aber der Geist selbst tritt für uns ein. Der Heilige Geist nimmt unser schwaches Gebet, er reinigt es und bringt es vor dem Vater, so wie es dem Willen Gottes entspricht. Wir beten doch oft gar nicht, wie es dem Willen Gottes entspricht. Dafür ist unser Wissen zu eng. Natürlich, wir lernen den Willen Gottes in der Schrift kennen, aber beten wir nicht oft noch so engsichtig, ichhaftig, kurzsichtig? Der Geist Gottes tritt in uns, für uns, vor Gott ein. Ich stelle es mir so vor, dass er dem Vater sagt, weißt du, André möchte eigentlich dies oder das beten, aber er kann es nicht. ihm fehlen die Worte, er sieht nicht weiter, er kann es jetzt noch nicht verstehen, er kann es jetzt noch nicht sehen. Der Geist sagt dem Vater, was André in seiner Schwachheit nicht sagen kann und versteht. André weiß selbst oft gar nicht, was er beten soll, aber der Heilige Geist in seinem Leben kommt ihm zur Hilfe. Vater, ich sage dir, was André betet und beten soll, ich unterstütze ihn. Der Geist betet durch uns. Deswegen wird Gott unsere Gebete erhören. Habe keine Angst, deine Schwachheiten zuzugeben. Sage sie deinem Herrn. Und wenn du auch keine Worte findest, wenn du dir unsicher bist über den Willen Gottes für deine jetzige Situation, der Heilige Geist ist da und er seufst mit dir mit und er nimmt dein Gebet, reinigt es und bringt es dem Vater. Paulus sagt dann weiter, auch wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, aber Gott weiß es, denn er ist derjenige, der die Herzen erforscht. Vers 27 Gott wird in der Bibel öfter als der Gott, der die Herzen erforscht, beschrieben. Erste Chronik 28, Vers 9 Denn der Herr erforscht alle Herzen und er kennt alles Trachten der Gedanken. In Psalm 139 heißt es, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Derselbe Gott, der unser Gebet inspiriert und beantwortet, ist der Gott, der uns durch und durch kennt. Auch wenn wir das Innerste unseres Herzens nicht so ausdrücken können, Gott versteht. Er versteht deine Schwachheit. Er versteht alle deine Unzugänglichkeiten. Darum lass dein Herz lieber ohne Worte als deine Worte ohne Herz. Bring dem Herrn dein Herz. Lass es still werden mitten im Sturm des Lebens. Bete, schreie, ringe, stammle, schweige. Der Heilige Geist weiß, wie du es meinst. Er vertritt dich. Er hilft unserer Schwachheit auf. Das gibt Trost und Gewissheit in unserem Gebetsleben. Höre nicht auf zu beten, aber denk dran, du bist nicht allein. Der Geist Gottes, der in dir wohnt, betet mit dir und er vertritt dich. Was für ein wichtiger Dienst, den der Heilige Geist für uns vor Gott tut. Amen. Ich weiß, die Bibel sagt, wenn euch die Sorge plant, hat, so werfe diese Last auf Jesus' treuern quer. Drum sage deine Not dem allerhöchsten Gott, denn Jesus Christus sorgt für mich und mich so gern. lasst uns Jesus Christus alles sagen, alle Sorgen, die uns niedlich plagen, sagen, wir in dem Gebet, denn er hilft uns, kommt nie zu spät, denn Jesus Christus hat es uns versprochen und hat diesen eigenen Ort gebrochen, lasst uns unserem Eiland fest vertrauen, denn er hilft gern. Ja, manchmal ist es schwer, man glaubt, man schafft nicht mehr, dann rufe Jesus Christus an, er hilft dir gern. Wenn deine Angst nicht trägt, dir Mut und Freude fehlt, dann findest du die wahre Zuflucht, mein Herr. Lasst uns Jesus Christus alles sagen, alles Sorgen, die uns täglich plagen, sagen, wir ihm im Gebet, denn er hilft uns, kommt nie zum Spät, denn Jesus Christus hat es uns versprochen und hat diesen eigenen Ort gebrochen, lasst uns unserem Eiland fest verdrungen, denn er hilft er. Komm, lasst uns Jesus alles alles sagen, alles Sorgen, die uns lieblich lagen, sagen, wir ihm im Gebet, denn er hilft uns, kommt nie zu spät, denn Jesus hat es uns versprochen, hat diese eigene Fort gebrochen, lasst uns unserem Eiland fest verdrungen, denn er hilft heilt Amen.